Mit der Funktion Kurzwahlnummern kannst du bestimmten Kontakten jeweils eine eigene Taste auf dem Ziffernblock des Telefons zuordnen. So rufst du zum Beispiel deine Freunde oder dein Lieblingsrestaurant besonders schnell an. Auf der Taste 1 ist bereits die Nummer deiner Mailbox hinterlegt. Starte die Samsung Telefon-App. Achte darauf, dass du im Bereich Tastatur bist und tippe auf das Weitere-Optionen-Symbol. Wähle Kurzwahlnummern. Wähle hier zuerst die Kurzwahlziffer, die du vergeben möchtest. Im nächsten Schritt kannst du eine Telefonnummer eingeben oder, indem du auf das Personensymbol tippst, einen Kontakt aus deinem Adressbuch auswählen. Durch Antippen des Kontakts ist die Kurzwahl automatisch zugeordnet. Und das war's schon. Hältst du nun die entsprechende Kurzwahltaste gedrückt, wird die dort hinterlegte Nummer direkt angerufen. Praktisch, nicht wahr? Mehrdoorтрमende. Zemmunknummern. Benutzt. Benutzt. Ach jemandem? Belastin. Guck deposit. Get muchos an! Benutzt!